Hi Leute und willkommen zurück zu Okami. Wir haben beim letzten Mal einen Spinnenboss besiegt und eine Brücke aufgebaut. Genau. Und ja, wir haben jetzt ein neues Gebiet betreten und ich möchte mich erstmal hier vorne umsehen, was die hier so zu erzählen haben. Ach ja, und wir haben eine neue Waffe, die ein bisschen doof aussieht, finde ich, weil die ist auch ein bisschen groß, aber hey, mal gucken. T-Meister. Oh, was wird denn jetzt aus mir? Die verdammte verfluchte Zaun ervorsagt alle möglichen Arten von Ärger. Und mein wertvollstes Stück ist auch verschwunden. Jetzt weiß ich einfach nicht, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten soll. Ohne Zweifel ist es das Werk dieser unheilstiftenden Maulwürfe. Maulwürfe? Ich wette, sie waren, äh, die waren es, die mich bestohlen haben. Und dazu muss ich mich auch noch mit der schrecklichen, verfluchten Zaun auseinandersetzen. Okay, Maulwürfe jagen. Was mit dir? Oh, er ist der Kunde. Ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Es liegt auf dem Berg Kamiji, da wo die große Windmühle ist. Ich habe ein schreckliches Geheul aus dem Schrein dort kommen gehört. Ich bin den Berg so schnell runtergerannt, wie mich meine Beine trugen. Dann wurde mir klar, dass dieses Gebiet hier auch verflucht war. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Monster jemals so nah zu uns kommen würden. Es sieht aus, als sei das Ende der Welt nah. Okay. Ich frage mich, was jetzt aus dem Dorf Kusa werden soll. Ich habe ein schreckliches Geheul aus dem Schrein dort kommen gehört. Dann ist es nochmal genau das Gleiche. Ja. Ohne, jetzt hat er ein bisschen was anderes gesagt. Irgendwas mit einer Zugbrücke, der kommt nicht nach Hause. Okay. Was haben wir denn hier? Nichts. Alles klar. Können wir das kaputt machen? Natürlich. Ich müsste eigentlich mal ein bisschen sparen, damit wir den Magen ein bisschen erweitern können. Die Tarka-Ebene ist ein weiterer Ort, der sich zum Schlechten gewendet hat. Es war immer so angenehm, sich hier oben im göttlichen Wind zu entspannen. Aber jetzt hat er ganz aufgehört zu wehen. Das bedeutet, ich werde kaum irgendwelche Talismane verkaufen können. Und es kommen auch nicht viele Reisende vorbei, bei denen ich meine Vorräte aufstecken könnte. Mit einem frischen Fisch aus dem Agatha-Wald könnte man jetzt ein Vermögen verdienen. Aber es scheint dort keine guten Fische mehr zu geben. Aber nun genug mit meinem Beschwerden. Wurdest du geschickt, etwas zu kaufen, Hündchen? Ja, gucken wir mal, was du hast. Tittenstein, wir haben echt gar nichts davon. Aber ich will ein bisschen sparen, weil wir... Ich möchte noch dieses Training machen, was 100.000 kostet. Und ja. Wir können speichern. Ne, jetzt nicht. Wir haben ja noch nicht so viel gemacht jetzt. Zack. Dann halt nicht. So, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ob wir da lang sollen. Ich bleibe erstmal hier vorne. Warte mal, hier kommen wir her, oder? Ja doch, hier kommen wir her. Dann gehe ich mal einfach den Weg weiter. Aha. Ein Bömmchen. Und was haben wir hier? Zack. Ah, komm. Emi, mach's kaputt. Wow, zweimal dran vorbei. Wo kommen wir hin? Das sieht doch schon mal wichtig aus, oder? Hm, 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 hm. Horcht der Ruf des Himmels, der Erde, der See. Sie befähigen mir, das Böse zu besiegen. Waka, das Geschenk der Götter an die Menschheit ist hier. Hello. Du schon wieder? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Na, geht. Hast du das kleine Abenteuer mit dem Stamm genossen, das ich vorhergesagt habe? Stimmt, da war was. Warum, du? Hast du hinter dieser... Äh, was? Beinahe Katastrophe... Achso, Beinahe Katastrophe gesteckt? Nee, natürlich nicht. Ich hatte nur einen flüchtigen kurzen Einblick in deine Zukunft. Siehst du, ich habe die Macht zu sehen, was passieren wird. Sogar wenn es etwas ist, das man lieber nicht wissen möchte. Der Möchtegern-Prophet ist wieder am Werk. Wenn du so toll bist, warum hast du dann nicht die Rückkehr von Orochi vorher gesehen? Recht hat er. Hehe, was ist los? Hattest du die Sprache verschlagen? Excuse me, hast du was gesagt, mein kleiner, hüpfender Freund? Was ist? Ach, übrigens, ich habe deinen Kampf mit der Spinnenkönigin gesehen. Immer noch ein recht lahmer Versuch, muss ich sagen. Das war super gut. Nur die Zeit war jetzt schlecht. Wie konnte ein abgehalterter alter Wolf wie du nur hoffen, die Welt zu retten? Wie lächerlich. Was? Du hast unseren Kampf beobachtet? Und es ist dir dabei nicht in den Sinn gekommen, vielleicht zu helfen? Genug geredet. Es gibt nur einen Weg, das beizulegen. Okay, machen wir ihn kaputt. On guard! Okay, und wir können jetzt ein paar Kugeln auf die rauf tüpfen. Ja, daneben würde ich sagen. Hubs und Hubs. Ah, der... Ah, Mist, hat uns erwischt. Ey! Oh, Mist. Jetzt hat er uns erwischt. Der kleine Drecksack. Hier, friss das. Und das. Ja. Das hat doch weh, oder? Let's go. Boom. Das war doch ganz gut. Er hat uns zwar ein bisschen kassiert, aber... War ganz gut. Nicht schlecht, Darling. Was meinst du mit nicht schlecht? Du bist doch ganz außer Atem. Was willst du eigentlich? Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich hatte eine Frage für dich. Warst du schon am Harami-See? Drüben auf dem Shinchi-Feld? Oh, das ist ein bisschen kassiert. In seiner Mitte war die Mondhöhle, in der Orochis Geist gefangen war. Eine Sperre blockiert den Eingang, seitdem Tsukuyomi entfernt worden ist. Das bedeutet, dass Orochi noch immer da drin ist. Ich möchte durch die Sperre und die Höhle betreten. Aber ich werde den Nymphom-Kristall benötigen, um das zu schaffen. Du weißt nicht zufällig, wo er sich befindet, oder? Warum musst du dein Schwert ziehen? Nur um das zu fragen. Aber warum willst du überhaupt in Orochis Hölle? Ach, das weißt du nicht. Alright. Hm, also, diese große Windmühle. Hm, ja, hm, hm. Auf jeden Fall werde ich ihn alleine finden müssen. Aber bevor ich mich von euch verabschiede, habe ich noch eine Prophezeiung. Ach, ne. Ich sehe eine verschwundene, hundsschwierige Aufgabe. Verschwundene, hundsschwierige Aufgabe. Also, gibt es keine Aufgabe? Goodbye, Baby. Wenn sie verschwunden ist, dann kann ja die nicht mehr da sein. Das heißt, die existiert einfach nicht. Hey, Emi, lass uns anstrengen und den Nymphom-Kristall vor Wacker finden. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Und vielleicht finden wir auch eine neue Technik für deinen göttlichen Pinsel. Na, guck mal, war doch gar nicht so schlecht. Zeit war gut und der Schaden war okay. Hätte sogar einen Tick besser sein können, aber wir haben uns ja auch einmal getroffen. Das war nicht ganz so geil. So, haben wir hier noch irgendwas Verstecktes? Oh. Achso, ist nur nachgeworden. Ich dachte, wir haben jetzt irgendwas getriggert. Aber scheinbar nicht. Hm, schade. Hops. Schade, dass es mit den Punkten nicht geklappt hat. Diese Tintenkugelgeschosse oder wie auch immer die hießen. Ah, Moment. Ha, wusste ich doch, dass irgendwas bringt. Leider nichts Wichtiges, weil der Magen ist voll. Ah, das nehme ich gerne mit. Ups. Die Tasse. So. So, so. Alles mitnehmen. Kann nicht schaden. Oh. Wie komme ich da jetzt ran? Ich muss das Feuer irgendwie löschen können. Hey, was ist denn mit dieser Schatzkiste? Ich wette, dass irgendwas was ist denn das drin? Ja, aber ich komme da nicht ran. Hm. Na ja, gut. Vielleicht kriegen wir die später nochmal auf. Da hinten ist noch so eine. Wir dürfen nicht vergessen, dass die hier ist. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem vergessen, aber hey. Vielleicht kommen wir ja noch durch Zufall dran vorbei und dann kriegen wir es gelöscht oder so. Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Diese komischen Steine sind immer noch hier im Weg. Zack. Hm. Ne. Schade. Hops. Was können wir noch machen? Hier ist wieder so ein blöder Laubberg. Der ist mir... Ah, nicht egal. Es ist Nacht. Das Gute an dieser Waffe ist halt der Schreck zurück, wenn ich ihn treffe. Aber er hat halt nur die Reichweite nicht und die Kombis nicht, ne? Das ist dann so ein bisschen doof, aber hey. Aber der Schaden stimmt. Der Schaden ist richtig gut. Moment. Nein. Gibt das einen Zahn? Ne, irgendwie nicht. Schade. Die Zeit war miserabel. Wow. Das wundert mich ja jetzt. Ich fand das gar nicht so schlecht. Aber na gut. Geht wohl auch schneller. Wir haben immer noch ein paar Monster zu killen. Bestimmte auf jeden Fall. Ja, die Zähne nehme ich doch alle mit. So, und das. Oh, das Ding ist scheiße zu treffen. Ich versuch's einfach mal da. Hat funktioniert, aber... Ne, man kriegt wirklich... ...nichts dafür. Ich weiß nicht, wie wir... ... vielleicht punkten. Ich probier's gleich mal mit einem Punkt. Vielleicht hilft das ja. Hopps. Und Randa. Ah, von wegen. Fliegende Fische sind hier nicht erlaubt. So, das sind Standardgegner. Oh, der ist schon tot. Ja, dann würde ich sagen, das war... ...ne sehr gute Runde. 660, ja. Kannst du sehen lassen. Ah, im Moment. Wir haben hier noch... Ah, das war schlecht. Ich wollte eigentlich den Baum dahinter noch mitnehmen. Aber... ...okay, macht er nicht. Ich weiß nicht mal, ob das was bringt, wenn ich hier noch mehr Sachen einsammle. Also die Früchte und so. Komm mal her. Ich weiß auch nicht, ob die... ...ob die Monster, die wir Sachen müssen, auf dieser Monsterliste... ...ob die alle nur in dieser einen Ebene sind... ...oder ob ich die wirklich überall finden kann. Schade. Das war ein bisschen Money. Ja, ja, ja. Wo bist du? Hey. Ja, noch ein Zahn. Sehr schön. Nehme ich gerne mit. Ah, Zeit war jetzt mal nicht ganz so gut. Macht aber nichts. Lief an sich aber ganz schön. Oh, Moment. Und den nehmen wir auch mit. Natürlich. Na komm. Monsterzähne sind irgendwie momentan das Wichtigste für uns. Weil ich möchte die Upgrades kaufen. Auf jeden Fall das mit dem Geld einsammeln. Oder hier generell. Dann brauche ich das nicht immer rumlaufen. Dann macht das automatisch. Und ich verpasse nichts. Das finde ich ziemlich gut. Und, äh... Ja. Das andere kommt dann ja auch noch. Oh, Moment. Das ist doch ein bisschen auffällig, oder? Ja, komm mal. Und, zacki, zacki. Äh... Na? Ja, doch. Geht. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Guck mal, sieht auch gleich schon viel, viel besser aus. So, kriegen wir dafür was? Irgendeine neue Fähigkeit? Wäre natürlich geil. Insofern kriegen wir Glück. Die Taka-Ebene ist jetzt wieder normal. Ohne die verfluchte Zone wird es einfacher werden, Pinseltechniken zu finden. Als erstes hat diese große Windmühle wirklich mein Interesse geweckt. Hm, meinst du nicht? Hatte dieser möchtigen Prophet nicht etwas darüber angemurmelt? Ach, was weiß. Sie läuft uns hier auch nicht weg. Lass uns mal die Taka-Ebene erkunden, okay? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Leute, die hier in der Nähe leben. Wir haben nichts gekriegt dafür. Naja, gut. Die verfluchte Zone haben wir jetzt. Oh, ich dachte, ich kann irgendwie hoch oder irgendwas Besonderes füttern. So. Die grünen Vögel habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe es nur gehört. Ich dachte, es ist Hintergrundmusik, aber nee. Man steht da füttern. Ich dachte so, mitnehmen. Äh, wo wollte ich denn? Hier, ne? Haben wir denn hier irgendwas? Irgendwas Cooles. Ah. Die sind da unten und wir sind... Wir können eigentlich direkt nochmal mit ihm reden. Ja, komm. Machen wir. Das ist nämlich die verfluchte Zone weg. Den Göttern sei Dank. Diese verfluchte Zone ist verschwunden. Jetzt sollte das Geschäft wieder normal laufen. Aber diese unheilstiftenden Maulwürfe haben meinen wertvollsten Besitz gestohlen. Ich kann unmöglich ohne meine geliebte Teetasse bearbeiten. Bring ihn seine Teetasse. Die verfluchte Zone mag verschwunden sein, aber ich kann immer noch nicht weiterarbeiten. Ich muss meine Teetasse von diesen unheilstiftenden Maulwürfen zurückbekommen. Aber wie? Ja, wir machen das schon. Was mit dir? Wer hätte gedacht, dass der Fluch so einfach fliegen würde? Jetzt komme ich endlich über die Zubbrücke und kann nach Hause. Aber natürlich nicht, bevor ich meine Besorgung in Kusa gemacht habe. Aber es ist schwer, dieses schreckliche Geheul zu vergessen, das ich gehört hatte. Dorthin zurückzugehen ist kein besonders angenehmer Gedanke. Ja, glaube ich. Meine Frau hatte mich gebeten, ihr eines von diesen berühmten Windrädern aus Kusa zu besorgen. Meine Frau wird mir Sauers geben, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dieses Geheul oder eine wütende Frau. Ja, das ist eine gute Frage. So, dann kommen wir uns hier auch mal um. Das tagt, da habe ich keinen Bock auf euch. Ah, aber den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Aha, und zack. Hier unten kommt... Du kriegst eine Bombe ab. Den verprügeln wir einfach weiter. Bleib mal da hinten. Ah, kein Zahn, schade. Geh weg. Wow. Warum klemmt er sich auf unseren Rücken? Der Sack. Na komm. Ja, und... Kaputthauen. Es würden die immer sofort jetzt, wenn er da ist. War das ein Zahn? Ne, kein Zahn. Schade. Das wäre cool, wenn das jetzt gezählt hätte. Na komm mal, Zeit und Schaden. Super. So, kommen wir jetzt auf die Tiere zurück. Oh ja, ein Tiger. Komm mal her, komm mal her. Kleine Tiger. Wir geben ihm ein bisschen Fleisch. Coole Sache. Ein Wolf füttert einen Tiger. Warum nicht? Kann man mal machen, oder? Oh, sogar zwei von denen. Ihr seid super. Super niedlich. So, aber ich würde sagen, wir chillen hier bei unseren Bros. und gucken beim nächsten Mal uns weiter um. Ich habe Angst vor dem Ding. Ich gehe mal lieber hier ein Stück zur Seite. Ey! Wenden können wir auch, so. Okay, wir gehen ja schon. So, gut. Dann würde ich aber sagen, wenden wir für den Part für heute und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.